Dezernent ist eine Funktionsbezeichnung im öffentlichen Dienst Deutschlands. Kommunen Auf kommunaler Ebene erfüllt der Dezernent ähnliche Aufgaben wie ein Bundesminister auf Bundesebene oder ein Landesminister auf Landesebene. In einigen Bundesländern gehören Dezernenten in Städten dem Magistrat an. Je nach Bundesland lautet der Titel auch Stadtrat oder berufsmäßiger Stadtrat, so zum Beispiel in Bayern. Nach baden-württembergischer Kommunalverfassung führen die Dezernenten einer Stadt die Amtsbezeichnung Bürgermeister in Unterscheidung zum Oberbürgermeister. Der den Oberbürgermeister vertretene Dezernent führt die Amtsbezeichnung Erster Bürgermeister. In Lübeck und einigen Hansestädten Mecklenburg-Vorpommerns führen die Dezernenten die Amtsbezeichnung Senator. Sie sind kommunale Wahlbeamte auf Zeit, Landes- und Bundesebene. Auf Landes- und Bundesebene ist Dezernent die Bezeichnung für einen Beamten oder Arbeitnehmer des höheren, bisweilen auch des gehobenen Dienstes, der in einer Mittel- oder Ortsbehörde tätig ist und dort selbstständige Entscheidungsbefugnisse hat. Ohne Leiter einer selbstständigen Funktionseinheit zu sein, diese werden demgegenüber als Dezernats-, Abteilungs- oder Behördenleiter bezeichnet. Vergleiche mit Führungsfunktionen in Ministerien oder in Oberbehörden sind problematisch. In Anbetracht ihrer Personalverantwortung und der Breite ihrer sachlichen Zuständigkeiten sind sie am ehesten mit Abteilungsleitern zu vergleichen.